Als Model ist nicht nur körperliche Fitness saumäßig wichtig, sondern auch, dass man richtig gehen kann. Die Kunst des Gehens lernt man am besten auf dem Hochseil. Ich zeig euch mal wie. Ihr seht, es ist schwer. Man kann das Balancieren lernen und das könnt ihr auf dem Laufsteg dann ausnutzen. Auf dem Laufsteg sieht das dann so aus. Perfekt, perfekt. Das Gesicht ist das absolute Aushängeschild für ein Model. Das wichtigste ist ein guter Gesichtsausdruck und ein guter Gesichtsausdruck bedeutet ein Gesichtsausdruck, wo euch alles komplett am Arsch vorbeigeht. Das ist die Attitude, die ihr braucht. Komplett gelangweilt, komplett apathisch. Falls ihr nicht gelangweilt genug ausseht, könnt ihr das Ganze auch unterstützen, indem ihr eure Hände ins Gesicht haltet. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. I'm a model, know what I mean and do, but who turns on the catwalk, yeah I'm the catwalk, on the catwalk, yeah. Ein echtes Topmodel modelt mit ganzem Körpereinsatz. Das bedeutet, der Körper ist die Waffe eines Models. Mit den richtigen Posen könnt ihr jeden Effekt erreichen. Posen müssen majestätisch sein. Zum Beispiel folgende. I'm too sexy for my body, I'm too sexy for my body, I'm too sexy for my body, I'm going to cant'�k., going to cant'�k делать it... sort, kind'... ...